Also einmal 3D und inzwischen auch 4K. Also nur noch diese beiden Abkürzungen schwirren mir durch den Kopf. Es sind da einige Fehler gelaufen, aber ich sage immer wieder zu meiner Frau, ich fahre nicht mehr mit dir nach Australien. Ich hole es aber möglichst so, wie du es dort vielleicht noch nicht mal zu sehen bekommst, dir vor den Bildschirm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vor dem Bildschirm Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020